Die Situation ist auch sehr groß. Man schaltet sich mal die Unternehmung gerade jetzt. Kommst du spacken? Also Vespo, wo spring mal hin? Wie große Ausfall ist da? Du hast Erfahrung auf dieser Insel, nicht ich. Letztes Mal bin ich irgendwo runtergegangen, weil er gemeint hat zu markieren, aber er kann gerne nach oben anfangen. Was passiert hier? Wow. Ja. Ja. Hallo, raus. Danke. Ich weiß noch nicht, wo ihr hinfliegt, aber da hinten, okay. Ich auch. Oh fuck, da ist jemand am Hubschrauber. Ja, da sind ganz viele am Hubschrauber. Einen hab ich. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Das reicht. Das front wieder sowieso mit seiner Crew zu dritt. Ja, schreit mir alles. Ich komm gerade hinter dir hoch. Jo, hier sind noch Kisten, Jungs. Waffen. Nice. Oh, lecker, 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 lecker. Ne, nicht. Alles gut. Ja, hätte auch weit. Dann alles gut. Hier, aber. Also auf der Map musst du definitiv auf Angriff gehen. Musst du definitiv. Deswegen glaube ich da immer auch mit zu dritt. Wow, da war ein Loch im Boden. Scheiße. Können wir mal nicht machen. Das ist die neue, das ist eine der neuen Waffen, die du aufgenommen hast, Wesbo. Sehr gut. Das war eine Maske. Nehm ich. Nehm ich gerne mal mit, dass ich weiß, wo die sind. Ich hab hier eine Piste. Der ist bei uns. Bei euch im Gebäude. Der kommt bei euch irgendwo rein. Das ist ja eine Treppe oder zwei. Das ist ein dreistöckiges Haus. Wo ihr drin seid. Das war kein Lade, war noch meine Frage. Was denn? Eine Treppe oder zwei Treppen. Du, ich hab die Map nur einmal gespielt. Das war nur Lack, dass ich wahrscheinlich erst da bin. Eine. Einer draußen, genau. Hab ihn. Nice, Wesbo. Hab den Zweiten. Oh, super. Denk nur gerade der Jeep ist leer. Na drüben ab. Drohne über uns. Oh, schöne Drohne schon. Der ist schneller wieder zugeschlagen. Ja, sorry Leute, für die schlechte Quali, aber irgendwie... Das war so eine spannende Stoffe. Das liegt an der Map, das kann rausfallen. Das Gesamtspiel ist verpatcht. Ja. Versteh das nicht. Ja, auf der Map ist es auch zur Zeit möglich. Du kannst mit dem Helikopter gegen irgendeine Wand fliegen. Dann bist du für jeden Spieler unsichtbar. Oh, geil. Das ist immer ein geiler Hack. Aber die Helikopter haben sie wieder rausgenommen, weil es zu oft war. Wir müssten aber gleich in die Zone. Mhm. Weil die kommt schon. Ja, dann lasst mal los. Die erste ist bestimmt schnell, oder? Schade. Ich bin raus. Okay, ich komm mit. Da hast du kleine Ruckler, okay. Aber die sind ingame, die Ruckler. Bin drüben, hier. Alter, was hat denn hier? Schau doch mal in den Westen rein. Lass den noch mal ein bisschen. Tollo da, liebe da. Oh, warte mal. 6, 7. Wir könnten... Gib mir, schmeiß mir mal noch jemand schnell vier Riesen zu. Hier. Ah, hier. Danke. Ich beeil mich. Ich schmeiß schnell. Ist halt ein scheiß Echo, ich jetzt ausgesucht hab, aber... Bei uns kommen jetzt gleich, hinter uns gleich, drei Stück hoch. Hinter uns kommen drei Stück hoch? Ja, links oder rechts das Tor kommen sie gleich rein. Wahrscheinlich. Upsa. Da kommt einer mit einem Zeitschirm runter. Achtung, du wirst von einem Zeitschützer verfolgt. Hey, Jungs, wir haben gleich Party. Ich hab nämlich... Ich weiß, dass da unten drei Stück sind, in dem kleinen Haus. Ja, ich hab die Zischhörer auch verfolgt. Alter, Schatzhaus, wir fallen. Zwei Stück, alle drei haben keine Rüstung mehr. Alle drei haben keine Rüstung mehr. Westfow, wo bist du? Ja. Ich brauch Munition, ich hab keine Muni mehr. Danke, wenn man auch immer die Schockern gerade gehört hat. Nur noch 25 übrig. Gut. Alex, hast du Rüstung? Brauchst du Rüstung? Ich hab noch. Ich hab noch eine Platte erst mal. Ja. Ich hab noch vonmachen können. Danke. Ich hab ein Self-Avive dabei. Also, nicht gut. Ich bin da unten. Wie, du bist da unten? Ja, ich lieg. Alex, mach das. Nein, aua. Nice. Aber nur zur Info, wenn ihr down gehen solltet, dann versucht einfach, die zehn Sekunden zu überleben. Man kommt wieder rein. Du sagst, es ist geil, wie wir uns schlagen. Es ist nicht schlecht. Hier drin ist ganz viel Muni. Alter, wo geht's denn hier lang? Dich nehm ich mit mein Gut statt. Du blickst. Ah, nice. Hi. So, jetzt nehm ich mir erst mal die Waffen von dem. Rüstung? Nimm dir Rüstung, Alex. Du brauchst Rüstung. Ja, ja. Immer mit der... Keinste. Das Glas breitet sich aus. Das ist wie so ein... Das ist ein Gefängnis aufgebaut. Alta... Wie heißt das? Alta... Alcatraz. Dankeschön. Wer möchte, ich hab den mal weggeworfen. Ja, ich hab mein RPG. Das langt schon. Ist das Kopfgeld? Ne, Hamstern ist was anderes. Schade. Jawohl, easy, easy, easy. Ähm, lass mir den zweiten Stock gehen. Da ist ein bisschen safer. Warte mal. Ähm... Willst du nicht hoch? Ja, ich guck grad selber. So oft hab ich die Mippen nicht gespielt. Aber sind hier welche drin? 42 Meter. Ja, in Vespos seiner Richtung. Also hier sind welche nochmal. Also auf der Map hat wirklich... Der hat... Oh, 18 Meter. Hier ist direkt einer. Ungefähr da vorne müssten welche sein. Die kommen von links dann ins Gebäude rein. Dann nehmen wir mal den Ballermann raus, ne? Ja. Also wie man hier hochkommt, war... Ja, hier genau. An der Stelle. Äh? Man konnte doch hier mit Treppenfohren nutzen. Komisch. Okay. Sonst wäre ja alles gut bei dir. Ja, hier ist die Treppe, Johannes. Wo? Ah, Vespos kommst du? Ja. Treppe. Uff. Er kann man von hier oben nochmal halt... abschirmen. Das ist wirklich das Geruckel, ne? Ich hab's gehört. Wo? Rechts von uns. Okay. Zone kommt gleich, gell? Aber warte mal. Rechts wird außerhalb geschossen, wo wir hin müssen. Komm mal her, Alex. Äh, nee, nicht das. Ich will dir, äh, 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 stapeln. Nee, alles gut. Ich hab... Achso, ja, weil... Vespo, hast du noch Panzerung? Ich hab noch, ja. Okay. Seid ihr oben? Ja, noch in irgendeiner Toiletten drin. Äh... Äh... Falsch ausgedrückt. Aber jetzt kommt die Zone gleich wieder. Aber ich merke... Oh, die kommt sehr zügig. Oh, was kommt denn da angefahren bitte auf unser Gebäude? Äh, das ist... Achso, das ist so ein Special-Ding. Das hab ich selber noch nicht mehr bekommen. Ja, komm, dann raus hier. Ah, das ist eine Seilbahn. Auch jetzt bewusst. Okay. Okay, komm, wir müssen... Ah! Ja, weißt du, war das Essen wieder zu fettig? Ja. Beim Boden. Wow! Ich wurde besniperd. Ja. Nein, na, nein. Aua. Sieben Meter. Ja, rechts von mir auch einer. Die schießen auf mich! Achtung, Westbrook, der hat mich in die Wiese genommen. Oh. Zone kommt. Alter, ist nur am Ruckeln. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird kapiert. Jetzt ist halt der Kulak zu. Oh, sorry. Alter. Schock mich doch nicht so. Drüben ist einer. Ja, ich komm wieder runter. Er ist gebrochen. Was ist das für ein Visier? Ich hab keine Planen mehr. Ein Meter neun, der ist über uns. Ein Meter neun, der ist über uns. Ich stehe hier auf dem Dach. Das könnte ich mit der aufhelfe sein. Oh, da ist noch ein Sniper, der Kleine. Da ist einer noch auf dem Dach, das weiß ich. Vespo. Hier, ich drop dir mal. Anja. Ja, ich laufe jetzt mal nach rechts hier oben hoch. Vespo aus dem Fenster und rechts die Treppe hoch. Und dann halt nur noch klettern. Wow, wow, wow. Was war das denn? Okay, ich bin weg. Sorry, Vespo, ich krieg dich nicht mehr. Alles gut. Alles gut. Krabbel. Krabbel um dein Leben, ey. Zehn Sekunden waren das, ne? Sollten sein. Ich muss halt überleben als Team. Ja, bist du mehr. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Aber Vespo, du musst ja da rennen. Ich lieg schon wieder. Schade. Ich schaff das noch. Da war einer direkt neben mir. Echt? War ich so... Ey, komm, die Grafik ist echt zum Kotzen gerade, ne? Ja, er hat einen fucking Shotgun, Alter. Alex, wo war das? Im Haus, wo ich drin war. Oben. Ja, ich warte mal. Ich warte mal. Oh Mann, er hat mich gehört. Oder? Die haben Ghost drin. Scheiße. Guck, Vespo, jetzt müsstest du gleich wieder reinkommen eigentlich. Guck mal, aber da den Haut. Ich brauche nicht wundern, ich habe ihn rausgetappt. So, jetzt bleiben wir irgendwie. Nein, 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 du sollst doch nicht. Ja, komm, komm, geh die Refinanz. Oh Mann, das ey. Der erste hier mit dieser scheiß Shotgun, ne?